Heute hat Zypern gegen Malta 2-2 gespielt. Tore sind in der sechsten durch Papolis, vorlage durch Kairiago, dann hat Muscat, vorlage durch Passin, Pisani, Ausgleich gemacht, Sotirio, vorlage durch Pitas, machen das 2-1 und Malta macht in der 98. Minute den Ausgleich. Ja, richtig gehört, 98. Minute, das wird deswegen noch nicht angezeigt. Es ist gerade erst gefallen, das Tor. Ob das jetzt gegeben wird, weiß ich nicht.